Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man mittlerweile recht einfach einen dedizierten Server von dem Spiel Arc auf dem eigenen Rechner oder auf einem Rechner im lokalen LAN startet und dann eben im lokalen LAN mit mehreren Spielern auf diesem Server joinen kann. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich nutze hier die aktuelle Version vom 29.8. Das ist die Version 2.04.0. Als erstes müsst ihr in euer Steam-Verzeichnis gehen. Ich bin jetzt auf dem Rechner, auf dem ich Arc auch spielen werde. Das ist bei mir das Verzeichnis D-Programmfiles, Steam, Steamapps, Common, Arc, Shootergame, Binary, Swin64. Ich werde das auch in der Videobeschreibung verlinken natürlich. Nicht verlinken, sondern anzeigen. In diesem Verzeichnis wird gestartet Shootergame-Server.exe. Das macht man aber nicht direkt, sondern mit einer Batch-Datei, die ich in diesem Verzeichnis angelegt habe. Und da steht ein Befehl drin, der so ein paar Basis-Parameter für den Server beinhaltet. Das gibt es in diversen anderen Videos ist das auch schon beschrieben worden. Die habe ich da letzten Endes nur kopiert. Das kommt dann auch unten in die Kommentare. Hier ist diese Datei, die Start.bat bei mir. Da wird gestartet mit dem Befehl Start Shootergame.server. Hier wird die Karte verlinkt. Hier wird die Session Name angegeben, wie der Server dann heißen soll. Dann gibt es ein Server Passwort und ein Server Admin Passwort, die hier im Klartext drin sind. Die werde ich natürlich so nicht benutzen. Und am Schluss wieder ein Exit. Mehr ist das eigentlich nicht. Wenn ich jetzt diese Start.bat starte, passiert Folgendes. Jetzt öffnet sich so ein kleines Konsolenfenster, in dem der Server eigentlich nicht viel mehr anzeigt, als dass er nach irgendeiner bestimmten Zeit gestartet hat. Das ist relativ unterschiedlich. Ich habe das zum Beispiel auch als zweiten Server auf einem separaten Laptop laufen. Der hat nur 4 GB RAM. Da dauert es schon mal bis zu acht oder zehn Minuten, bis der Server tatsächlich hochgelaufen ist. Aber wenn er erstmal hochgelaufen ist, läuft das Ganze auch mit drei, vier, fünf Spielern ganz flüssig. Ich warte jetzt hier mal. Ich werde das nachher sicherlich für euch abkürzen. Und wenn der Server gestartet ist, werde ich euch das kurz noch über ARC zeigen, dass es auch funktioniert. So, der Server ist nun voll gestartet. Man kann das sehen an der letzten Meldung Full Startup. 106,65 Sekunden. Also ihr seht, hat knapp zwei Minuten gedauert, um das Ganze hochzufahren. Bei meinem Rechner, das ist ein i7 mit 16 GB RAM. Wie gesagt, auf meinem Laptop 4 GB RAM. Relativ altes Gerät geht das zwar auch, aber dauert schon deutlich länger. So, und wenn das gestartet ist, zeige ich euch einfach mal, wenn ich jetzt ARC starte, was dann passiert. So, wie ihr seht, habe ich jetzt ARC gestartet. Mittlerweile zwischendrin, wo ich das Video gemacht habe, ist sogar von der ARC Version 2.04, die 2.04.1 rausgekommen. Ihr seht, das geht hier mittlerweile stündlich. Ich weiß nicht, was die Jungs da machen. Ich klicke jetzt hier auf Join ARC. Ich habe hier unten unter Server-Filter das lokale LAN angewählt und habe jetzt hier meinen ARC-Server. Den klicke ich einmal an, klicke auf Join, gebe mein vorgegebenes Passwort ein und logge mich da mit Accept ein. Jetzt lebt ihr die ganzen Karten vom Server, bzw. nicht vom Server, sondern ich glaube, er vergleicht die nur. Dann wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen, dass das mit so einem lokalen Server recht flüssig läuft. Aus meiner Sicht sind die Zeiten, die oft beschrieben wurden, dass ARC selbst mit aktuellster Hardware, mit NSA-Rechner usw. nur ganz hakelig läuft. Die sind mittlerweile wirklich vorbei. Ich habe zwar nicht den schlechtesten Rechner, aber auch auf etwas älteren Rechnern, wenn man die Grafikeinstellung ein bisschen runter schraubt, läuft das Ganze schon mit deutlich über oder zumindest um die 60 Frames. Und wenn man natürlich die Hightech-Grafik haben will, okay, brauche ich auch einen Hightech-Rechner. Tränen Frau 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 Okay. Okay, wie ihr seht, ich bin auf meinem Server gelandet. Nicht wundern, die Grafik sieht momentan noch so ein bisschen schwammig aus. Das ändert sich dann kurz, nachdem sie geladen wurde. Und wie ihr seht, herzlich willkommen bei unseren Dinos. Es läuft alles recht flüssig, obwohl hier doch einiges an Tieren unterwegs ist. Ich hoffe, der macht nicht gerade mein Haus kaputt. Also, ich denke, es ist doch eindrucksvoll zu sehen, dass wir mit einem lokalen Server sehr gut spielen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch was gebracht. Wenn es euch gefallen hat, macht ruhig den Daumen hoch, wenn nicht, ist auch egal. Gebt mir Kommentare, wenn ich was besser machen soll, wenn ihr andere Sachen wissen wollt. Es wird so nach und nach, denke ich, noch einiges von mir geben. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit ARK. Ciao.